Frohe Weihnachten, Leute! Vielleicht ist es auch erst morgen, wenn ihr das seht. Aber auf jeden Fall ist heute schon Bescherung, denn ein neues OX-Charlie-Video ist draußen. Ich bin das Geschenk. Alright, alright, alright. Okay, ich stand wahrscheinlich bei keinem von euch auf der Wunschliste. Aber, äh... Naja, ihr kriegt mich trotzdem. Sit down! Allerdings gibt es wirklich noch eine Bescherung für jeden Abonnenten von euch. Ne, also im Ernst, jeder OX-Charlie-Abonnent hat theoretisch die Chance, beim OX-Gaming-Gewinnspiel zu gewinnen. Das ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da kann jeder von euch teilnehmen, wenn ihr mich eh schon abonniert habt. Insofern, klickt einfach mal rauf und vielleicht könnt ihr was gewinnen. Unter anderem die Razics, mit denen ich hier mal spiele und die Anpreise. Äh, Energydrinks, den ich auch mal trinke. Gamer Energy. Und einen Teamspeak-Server für drei Monate von unserem Sponsor Zapphaus-Ding. Wenn das nix ist, Leute, ich hab keinen eigenen TS. Ihr könnt eure Gewinnchancen dann erhöhen, indem ihr beispielsweise auf die Links klickt, die dort verlinkt sind. Ihr werdet das schon checken. Schickt einfach mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Jeder, der mich abonniert hat, hat schon die Chance zu gewinnen. Also, insofern... Äh, Randa! Das ist vielleicht der einzige Tag im Jahr, in dem sich ein UX-Charlie-Abonnement lohnt. Also, los! Los, Junge, los! Es geht um Gamer-Energy. Uh! Ich wusste lange Zeit nicht, wen ich hier als vierte Person nehmen sollte. Entweder Roger Willimsen oder Weekend. Aber deswegen gehen wir immer kurz auf Roger Willimsen ein, denn ich hab nicht für Weekend-Energy. Bier, denke ich mal, auch schon im Titel. Ist auch egal. Und nebenbei snipen wir noch ein bisschen. Roger Willimsen war halt ein Interviewer, Moderator, aber auch Schriftsteller und so. Also, wirklich... Also, eigentlich ist es ein Intellektueller, sag ich mal. Also, der Typ ist einfach schlau gewesen. Also, er ist schon 2016 gestorben. Also, ich könnte dem halt einfach stundenlang zuhören, weil der mit Worten Sachen ausdrückt. Die... Die... Da... Da... Hab ich nicht mal den Horizont für. Ich hab mir über das Jahr verteilt locker über 100 Interviews von ihm angeguckt. Wirklich alles, was man auf YouTube so ungefähr von ihm findet. Die Razics von GameX übrigens. Könnt ihr gewinnen, Leute. Einfach nur in den ersten Link der Videobeschreibung klicken. Uhuhu! Hihi! Sit down! Es herrscht schon so ein kleiner Kult darum, Flair-Interviews anzugucken, einfach nur, weil er so dumm ist. Aber nein, hört auf damit. Schaut lieber Roger Willimsen-Interviews, weil er so klug ist. Ohne Scheiß. Es macht einfach Bock. Ihr schaut euch die Videos an, in denen er drin ist und ihr fühlt euch danach schlauer. Das Gegenteil von einem OX-Charlie-Video. Hahaha! Sneaky Voice. Den Rapper Weekend. Übrigens nicht The Weekend aus Amerika, sondern Weekend. Den deutschen Rapper. Der deutscheste Rapper, den man wahrscheinlich sehen kann. Kenne ich noch vom VBT, wie die meisten, denke ich mir auch von euch. Ich habe sein bekanntestes Lied mit den meisten Aufrufen auf YouTube, ist, glaube ich, Schatz, du Arschloch. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Finde ich irgendwie komisch. Yeah, yeah! Ah! Boah! Ah! Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Ja, das VBT als Videobattleturniere noch cool und interessant waren. Oh, Franz, äh, ich kann jetzt nicht Fortnite spielen. Ich mag das Spiel nämlich nicht. Ich finde es irgendwie sehr schade, dass Deutschrap so von diesem intelligenten Battle-Rap-Trend zurückgegangen ist, wieder zu Straßeneinsatz 7, Banden, Bowser, Apo-Rat-Rap. Wobei ich den Stil von Apo-Rat gar nicht mehr so richtig charakterisieren kann. Also ich meine, ist das einfach nur scheiße oder ist das auch, ich weiß es nicht. Nee, Franz, ich streame nicht gerade. Ich nehme ein Video auf. Dann als Deutschrap großflächig, asozial, größenwahnsinnig und großkotzig wurde, ist dasselbe mit YouTube auch passiert. Ich meine, Miguel Pablo, Katja Krasowitsch, Apo-Rat. Wobei ich den Stil von Apo-Rat gar nicht richtig charakterisieren kann. Ich meine, ist der einfach nur scheiße? Ihr wollt mich verarschen, ne? Ihr wollt mich verarschen. Oh! Face, juckes, A-Bis 99. Oh, der echte. Ah, da sind wir wieder bei Apo-Rat. Ist ja heute so egal. Na, Face, Yassi, ne? Bruder, was machst du da? Hey, Mann! Übrigens, das VBT war mal sowas wie das JBW nur ein Gut. Damals. Ich bin allerdings auch erst auf das VBT aufmerksam geworden, als die Finalrunde bei dem VBT Splash 2012 zwischen Battle by Busty und Weekend war. Also insofern auch etwas spät, sei mal. So diese Battles und Beefs untereinander ist ja so praktisch so die Essenz eigentlich auch von Rap. Und deswegen fand ich das so cool, irgendwie auch das in der Videoform umgesetzt zu haben. Und jeder kann dann so sein künstlerisches Ding so ausleben. Ich fand das irgendwie cool schon damals. Und übrigens, wenn ihr Weekend nicht kennt, dann kennt er euch auch nicht. Deswegen ist Weekend hatte nicht mal einen signifikanten Stil oder irgendwie ein krasses Image oder was weiß ich. Also beispielsweise Battle by Busty war ja der, der wie ein Kind rappt oder so. Und Belenz Butters war der mit der Ironman-Maske auf. Ihr wisst, denke ich mal, wie ich meine. Aber Weekend hat sich halt einfach dahingestellt und ist der Beste so. Hier die Parallele zu UX Charlie. Er ist halt ein blonder, dünner Typ mit Sonnenbrille, der einfach cool wirkt so. Hier jetzt die Differenz zwischen ihm und UX Charlie. So, was ist denn hier los? Guter Hund. Ich finde, so während alle anderen Rapper im VBT sich zivilgrößeres Sorgen über ihr Image gemacht haben, wie sie das halt so in ihre Texte packen können und wie sie mit ihrem Image praktisch ihren Gegner zerstören können, hat Weekend halt größtenteils eher darauf geachtet, wie er seinen Gegner zerstören kann und hat ihn damals dann zerfickt. Also er hat da weniger einen Stil verfolgt, den er jedes Mal haben wollte. Und natürlich, er hat immer dieses Arrogante. Also er hat so ein bisschen gesagt, ja, ich kenne die alle gar nicht, aber ich gewinne halt trotzdem gegen die. Und das hat er dann halt auch gemacht. Also er hat nicht ein einziges Mal verloren, glaube ich. Ah, das ist jetzt so die Twitter-Parallele, du UX Charlie. Dabei hat er auch kein Blatt vor den Mund genommen. Also nicht so wie MontanaBlack, dass er irgendwie im Livestream sagt, hey, ich hasse dunkelhäutige Menschen und denke, das ist lustig oder irgendwie sowas, sondern intelligent. Also es gibt einen Unterschied. Nur tabulos ist meistens eher asozial, proletmäßig und meistens zu viel, zu dick aufgedrückt. Scheiße. Nur intelligent, auch oft scheiße, unangenehm, versteht keiner. Aber tabulos und intelligent, good stuff. Alter. Es sei denn, man spricht von der AfD, ihr könnt euch denken, das ist dann mehr so tabulos scheiße. Und da ich damals eben großer Fan von diesen Runden von Weekend war, habe ich dieses Jahr mal geguckt, ob es ja auch bei Spotify gibt. Und es gibt wirklich die VBT 2012... Weltrunden bei Spotify. Der wartet auf mich. Wartet der auf mich oder ist er einfach nur dumm? Scheiße. Ich war dumm. Mein Lieblingssong von Weekend ist allerdings außerhalb des VBT entstanden. Und zwar heißt er, die Rede für den Preis, den ich nie kriegen werde. Und ich finde den Song auf so vielen Ebenen einfach ansprechen und irgendwie intelligent cool. In einem Musikvideo tritt er nämlich so vor Stock-Footage von den Grammys, glaube ich, ist das auch. Also er tut praktisch so, als würde er eine Preisträger-Rede halten vor den Grammys, glaube ich, so ungefähr. Und da sagt er eben unter anderem sowas wie, ihr habt gefuckten RTL-Geburten. Ihr Inbegriff von Menschen, die sich selber googeln. Also ich weiß, hier wird er die Parallele zu YouTube. Ich will, dass keiner mich hier anspricht, was eine Farce. Wir haben selben Raum, los, verlass den Saal. Allerdings, da er so unbekannt und so unmainstream ist, wird er diesen Preis wahrscheinlich gar nicht nie bekommen. Und er wird diese Rede halt nie halten. Aber damit er jetzt mal irgendwie sagen kann, was er den Leuten sagen möchte, die bei solchen Preisverleihungen eben dabei sind, macht er jetzt einfach den Song so gesehen. Bisschen schwer zu verstehen, ich verlinke euch den einfach mal. Also schaut da unbedingt mal rein. Also der Song ist halt echt geil, plus Musikvideo auch mega nice. Er spielt ja auch unter anderem auf was an, was mir halt auch aufgefallen ist. Und was mich halt auch irgendwie auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite irgendwie verschreckt. Und er fuckt sich da eben unter anderem auch unter Movement-Sachen ab. Also beispielsweise Rap-Movement, aber eben auch so politische Movements oder Bewegungen, sag ich jetzt einfach mal. Und danke auch für diesen Movement-Mist. Alles ist cool, soweit, solange wir die Guten sind. Wer etwas anderes behauptet man, der soll sich ficken. Wir hassen Vorurteile fast so sehr wie Polizisten. Und ich fand das insofern interessant, dass mir halt auch aufgefallen ist, dass jede politische Bewegung, was weiß ich, alles, was so ein bisschen radikal und extremistisch ist oder irgendwie auch mit Rap irgendwie größtenteils auch zu tun hat, die hassen alle die Polizei. Und ich checke es halt nicht. Gerade so extrem linke Ideologien sind ja alle gegen Vorurteile und kämpfen dafür, dass es keine Vorurteile in unserem Alltag gibt. Was ja an sich erstmal lobtenswert ist. Aber dann hassen sie alle Polizisten. Alle. Also ich meine, wo ist der Sinn bei ACA wie es... Es hat keinen Sinn. Also ich meine, wie kann man denn für die Verbesserung von Menschenrechten kämpfen, aber dann sagen, ja, also diese eine Gruppe an Menschen, die sind alles Bastarde. Also ich meine, bekommst das mal in euren Kopf, das macht gar keinen Sinn. Wer etwas anderes behauptet man, der soll sich ficken. Wir hassen Vorurteile fast so sehr wie Polizisten. Also diese ganze ACAB-Bewegung, absolut trash. Also ich meine, ich verstehe natürlich die meisten Gruppierungen, die halt extrem links oder extrem rechts oder generell auch so Rap-mäßig auch unterwegs sind. Die bewegen sich ja auch irgendwie alle am Rande der Legalität, sag ich mal. Insofern haben sie natürlich was gegen Polizisten, da die eben für den Staat, das sind... Also die halt eben dafür sorgen, dass diese Rechte umgesetzt werden vom Staat. Ich meine, ich verstehe schon, woher das kommt, aber es macht halt einfach keinen Sinn zu sagen, ja, es sind alles Bastarde. Ich meine, was ist denn halt auch Bastard für eine Beleidigung im 21. Jahrhundert? Das ist ja eigentlich schon fast eine christliche oder religiöse Beleidigung. Damit disst man sich vielleicht untereinander in der CSU. Nur für euch. Mein Weihnachtsgeschenk an euch. Zack. Oh, zack. Spicy Razix zu gewinnen in der Videobeschreibung, Leute. Eigentlich kann ich euch das ganze Album Keiner ist gestorben ans Herz legen. Ich hoffe, ihr habt es gespürt. Es ist jetzt an eurem Herzen. Kommt nicht wieder vor, Leute. Ich fasse euch nicht wieder an. Keine Sorge. Der zweite Tag, den ich euch in die Videobeschreibung packen werde, ist Fanpost von Gott. Ist auch auf dem Album vertreten und ist auch mega geil. Da rappt er nämlich davon, dass Gott praktisch sein Fan ist und ihm eine SMS schickt und so mit ihm cool sein will und Fan von seiner Musik ist und so. Also Weekend stirbt er praktisch, kommt dann zu Gott und Gott möchte halt mit ihm cool sein. Also so Homie-mäßig. Und er spielt auf sehr viele Ungereimtheiten innerhalb der Religion an und es gibt da eben sehr relativ viele Ungereimtheiten, was die Diebel angeht. Aber das soll jetzt ja auch keine Gotteslästerung sein. Meint ihr, wenn ich sterbe und der liebe Gott sieht meine Videos, wird er mich denn, weiß ich, aufnehmen? Oder komme ich überhaupt in den Himmel direkt? Stimmt mal ab, Leute. Nicht vergessen, es ist bald Weihnachten. Oder es ist heute Weihnachten, wenn ihr es seht. Ich weiß es noch nicht. Sehr demokratisch heute hier bei UX Charlie. Warum haben alle so übrigens so eine geile Tarnung und ich habe einfach gar keine? Gott spricht da übrigens auch in dem Song zu ihm und sagt Mad Props, Alter, wie man so dope sein kann. Wochenende, beste Rapper, Gott sei Dank. Oh, holy shit. Den check ich jetzt erst. Ich bin Gott für die, doch du bist Gott für mich. Du darfst dir kein Bild von mir erstellen, keine Fotos, doch ich mache Selfie mit uns zwei. Du weißt, no homo. Er spielt ja so ein bisschen auf die Homosexualität oder den Umgang mit Homosexualität innerhalb der christlichen Kirche oder generell der Kirche oder Religion an. Wenn ihr mal meine Meinung über Homosexualität hören wollt, dann klickt doch am besten mein Video über Freddie Mercury an. Ist am Ende in der Endcard, denke ich mal, verlinkt. Mit der ganzen Playlist mit all meinen Leuten, die mich 2018 fasziniert haben. Apropos Homosexualität. Wo ist eigentlich Freud? Ja, ja. Also erst einmal gibt es in der Religion halt eine Regel, dass man halt sich kein Bild von Gott machen soll. Also man soll ihn nicht malen, nicht fotografieren, sollte man ihn sehen. Aber Gott macht halt ein Selfie mit ihm. Aber auf nur Homobasis. Dadurch, dass ja in der Bibel nicht definiert ist, ob Homosexualität einhergeht mit der Bibel oder halt nicht. Also viele Leute, die ja gegen Homosexualität sind, sagen, ja, es war ja damals Adam und Eva und deswegen ist Adam und Peter in dem Fall nicht rechtens, sag ich einfach mal. Also die legen die Bibel als Gesetzbuch der Welt aus. Also das spielt ja damit so ein bisschen darauf an, ob Gott Homosexualität okay findet oder nicht. Und in dem Fall ist es halt, natürlich findet er es nicht okay, dadurch, dass sehr viele religiöse Menschen eben sagen, da es in der Bibel nicht definiert ist, empfinden wir es nicht als rechtens, dass es okay ist, Homosexualität auszunehmen oder beziehungsweise überhaupt in der Welt zu akzeptieren, sag ich jetzt einfach mal. Bestes Beispiel ist dafür vielleicht auch die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die eben wirklich streng religiös ist und die sagt eben unter anderem auch, dass eine homosexuelle Ehe nicht so viel wert ist oder nicht den gleichen Rang haben sollte wie eine heterosexuelle Ehe. Und so könnt ihr es ungefähr vorstellen. So eine Anspielung ist das darauf, ja. Also nicht auf Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern halt generell drauf, auf solche Meinungen. Ich mache auch sehr viel mit uns zwei, du weißt nur, Homo. Ich hoffe mal, diese kleine vierteilige Videoserie hat euch gefallen. Falls ihr die anderen Videos meiner Top-Influencer-2018 noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach mal am Ende in der Endcard auf diese Playlist, die ich euch erstellt habe und dann könnt ihr noch mal sehen, wer meine Lieblings-Youtuber sind, was ich von Homosexualität halte oder auch von Queen und warum ich finde, warum Berthold Brecht ein krasser Ficker ist. Also ist ganz interessant, hoffe ich. Wenn ihr alle vier Videos gesehen habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Uhu, den habe ich totgefickt. Ne, das schreibt ihr mir nicht in die Kommentare. Dann schreibt mir mal Hashtag CharlGott mit Doppel-T in die Kommentare. CharlGott in die Kommentare. Sendet dieses Video unbedingt auch an jedes 187-hörende Kind, was ihr kennt, damit ihr es auch mal einen guten Rapper hört und gute Videos guckt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr habt's gut, ihr habt mich. Was hab ich? Du willst mich betteln, Lux halt die Fresse. Ich kann nicht singen, aber du kannst nicht rappen. Ich komm zu dritt zu ner Demonstration, der Rest bleibt zu Hause. Menstruation. Yeah.